Willkommen zu diesem Video. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie einen MongoDB Community Server auf einem Mac installieren, um die MongoDB-Funktionen aus dem MBS FileMaker Plugin ab Version 12.3 nützen zu können. Der Community Server ist ein lokaler Server und kostenlos. MongoDB ist eine Datenbank, in der Sie beispielsweise Kundendaten speichern können. Das Besondere an MongoDB ist, dass es sich nicht um eine relationale Datenbank handelt, die auf Tabellen und Beziehungen beruht, sondern deren Daten eine JSON-ähnliche Struktur haben. Dadurch ist es möglich, dass Sie Abfragen stellen können, die vorher durch die Beschränkung von Beziehungen oder Tabellengrenzen nicht möglich waren. Finden Sie also raus, wer länger in Ihrer Firma ist, der Teppich im Lager oder Ihr Azubi. Fangen wir also an. Wir befinden uns bereits auf der Seite von MongoDB. Wir schauen uns zunächst den mitgelieferten Installationsguide an und gehen dann die einzelnen Schritte zusammen durch. Wir klicken dazu zuerst auf Ressourcen und wählen dort Server aus. Dann auf Installation und Community Edition. Wir installieren den Server auf dem Mac und das geht am einfachsten mit der Hilfssoftware Homebrew. Das ist eine Open-Source-Paketverwaltung. Homebrew ist sehr einfach zu installieren. Wir müssen nur den Befehl auf der Homebrew-Webseite in unser Terminal kopieren. Wir werden dann nach unserem Benutzerpasswort gefragt und folgen dann den Anweisungen. Hier müssen wir mit Enter bestätigen. Der Download kann einige Minuten dauern. Dann haben wir die Installation von Homebrew abgeschlossen. Wir können also jetzt zur Installationsanweisung von MongoDB zurückkehren und kopieren dann die nächste Zahl ins Terminal. Damit laden wir jetzt das offizielle MongoDB-Formular für Homebrew herunter. Als nächstes überprüfen wir nochmal auf Updates. Was aber, weil wir eben schon mal danach gefragt haben, haben wir jetzt keinen Unterschied. Aber bevor Sie etwas installieren, sollten Sie das zur Vorsicht immer halt nochmal machen. Nun kommen wir zur richtigen Installation. Und dafür rufen wir brew-install-mongodb-community-at-5.0 auf. Wir geben also den Befehl install. Dann kommt das Produkt und die Versionsnummer. Auch das dauert wieder ein bisschen. Nach der Installation können wir uns auch anschauen, wo die drei Dateien abgelegt worden sind. Beim Intel-basierten Mac im User Local und bei einem M1-Prozessor im Opt Homebrew. Wir sehen, dass wir die Installation auf einem Intel-basierten Mac ausgeführt haben. Jetzt müssen wir den Server nur noch starten. Dafür kopieren wir diese Zeile. brew-services-start-mongodb-community-at-5.0 Jetzt können wir mit dem Server arbeiten. Bei der Installation kann es passieren, dass der Mac diese verweigert, weil das Produkt von einem nicht zertifizierten Entwickler stand. In diesem Fall müssen wir in den Einstellungen unter dem Reiter Sicherheit erst noch die Installation erlauben. Wir wollen jetzt einmal ein Beispiel ausprobieren. Dafür öffnen wir FileMaker. Wir benötigen ein MBS FileMaker Plugin ab Version 12.3. Sollte dies also noch nicht installiert sein, holen Sie das bitte nach. Schauen wir uns auch einmal zusammen ein Beispiel an. Da haben wir hier das Beispiel MongoDB. Und hier sehen wir dann unsere Serveradresse und können hier auf Connect klicken. Schauen wir uns mal die Skripts passend dazu an, wie wir jetzt eigentlich so eine Verbindung aufbauen. Und da haben wir hier das Skript Connection. Schauen wir zuerst, gibt es schon eine Serververbindung, die wir hier in $DollarMongoDB gespeichert haben, weil wenn es eine gibt, dann soll die bitte hier freigegeben werden, damit wir nicht den Speicher zum Müllen. Und dann haben wir hier MongoDB New. Damit holen wir uns eine neue Referenz im Speicher und können dann auf dieser Referenz auch arbeiten. Diese speichern wir in $DollarMongoDB ab. Wir fragen natürlich auch immer ab, ob es hier einen Fehler gab, damit wir die Fehler direkt behandeln können. Dann setzen wir die URI, also die Adresse von unserem Server, die sehen wir hier in dem Feld. Die haben wir also hier in dem Feld drin. Und dann mit dem Ganzen, was wir gesetzt haben, können wir dann zum Server hin einen Connect machen. Dafür haben wir die Funktion MongoDB.connect. Wir können natürlich dann auch wieder die Connection freigeben, wenn wir nicht genau wissen, welche Connection das ist. Dann bietet sich die Release-All-Funktion an. Wir können hier Informationen zum Server abfragen und die uns in einem Dialogfeld ausgeben lassen. Dann müssen wir angeben, mit welcher Datenbank wir eigentlich arbeiten wollen. Da schreiben wir hier den Datenbanknamen hin und klicken dann auf Use Database. Und das können wir uns immer gerade angucken. Da haben wir dann nämlich die MongoDB Open Database-Funktion. Der übergeben wir dann zuerst die Referenz und dann den Datenbanknamen. Und es ist halt so, wenn es die Datenbank noch nicht gibt, dann wird die mit diesem Schritt auch erzeugt. Also wir erstellen nicht explizit eine Datenbank, sondern bei der ersten Nutzung wird diese Datenbank angelegt. Wir können uns auch eine Liste mit diesen Datenbanken angeben lassen. Dafür haben wir die MongoDB Database Names-Funktion, die uns dann eine Liste aller Datenbanken ausgibt. Das können wir auch immer machen. Und da haben wir dann die Datenbank Admin, Config, Local und die Datenbank habe ich vorhin schon mal angelegt, nämlich die Datenbank Test. Dasselbe Prinzip funktioniert auch bei den Collections. Die Collections existieren so lange nicht, bis sie mit Daten gefüllt worden sind. Und also wir haben hier zum Beispiel Test B, da sind schon Daten drin. Wir können uns also einmal die Liste der Collections anzeigen lassen. Da haben wir Test B und Test C. Und dann legen wir doch mal Test D an und schauen, jetzt setzen wir die Liste an. Und Test D steht noch nicht drin, weil in dieser Collection noch kein Datensatz vorhanden ist. Wenn wir hier aber auf Current Collection klicken, dann bekommen wir hier Test D angezeigt. So, jetzt wollen wir aber einmal Datensätze in die Datenbank ablegen. Und in dieser Datenbank heißen die Datensätze nicht Datensätze, sondern Dokumente, also Document. Und da haben wir hier jetzt zum Beispiel die Maria. Da möchten wir gerne einen Datensatz zu anlegen. Und da klicken wir jetzt auf New Document. Da müssen wir nur den Namen angeben. Und hier haben wir dann Name Maria. Und was hinter diesem New Document steckt, das schauen wir uns auch mal an. Da haben wir hier Insert One. Und hier wird ein einzelner Datensatz dann angelegt. Und wir haben hier unsere Funktion MongoDB Insert One. Geben hier unsere Referenz an und geben dann hier das JSON an, wie unser Datensatz aufgebaut ist. Wir haben hier den Namen und dann hier den Namen aus dem Feld. Das kann natürlich aber auch zum Beispiel, konnte dann das Alter dazukommen oder eine Adresse und so weiter. Also in ihrer Fantasie sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt. Dann rufen wir hier Show All auf. Das erkläre ich Ihnen später. Auf jeden Fall sehen wir hier einmal, dass die Maria in der Datenbank drin ist. So, jetzt können wir aber nicht nur die Maria anlegen, sondern wir können auch den Paul anlegen. Und ja, den Paul legen wir gleich zweimal an, denn wir möchten jetzt auch mal in der Datenbank suchen. Und da suchen wir jetzt Dokumente mit einem bestimmten Namen, den wir hier oben drin stehen haben. Jetzt suchen wir mal den Paul und der Paul kommt zweimal vor. Also, dasselbe funktioniert natürlich auch mit der Maria. Und da bekommen wir dann unsere Maria angezeigt. Schauen wir uns dann mal an, was hinter New Document passiert. Das ist nämlich hier die MongoDB Find-Funktion. Damit suchen wir über der Collection. Und wir sehen hier, wir geben hier ein Suchkriterium an in dem JSON, nämlich, dass der Name dem Namen in dem Feld entspricht. Damit haben wir dann eine Ergebnismenge und durch die können wir mit einem Cursor durchlaufen. Wir haben dann hier noch ein Limit, das wir setzen können, damit wir angeben können, wie weit wir durch den Datensatz durchlaufen möchten. Und dafür haben wir dann hier ein Limit, was wir setzen können. Und hier wird es dann angewendet. Mal ein Skript, das er aufgerufen wird. Das schauen wir uns immer gerade an. Hier SetCursorLimit. Und hier haben wir dann die Funktion CursorSetLimit. Und hier geben wir die Referenz an und das Limit, was wir gerne setzen möchten. Und das steht hier normalerweise in dem Feld. Für uns ist das 0, deswegen setzen wir hier kein Limit. Und dann gehen wir wieder zurück. Und lassen den Cursor einmal über unsere Ergebnismenge laufen. Und wir setzen den Cursor mit CursorNext jeweils auf den nächsten Datensatz, also auf das nächste Dokument. Und das soll er so lange machen. Also wir möchten so lange durchgehen und uns das Ergebnis aneinanderhängen, solange hier kein Fehler rauskommt oder die Länge von dem Ergebnis gleich 0 ist. Also wenn nichts drin steht. Und dann haben wir hier das Result. Das kommt dann immer hier, das den aktuellen Cursor angehängt und mit einem Zeilenumbruch versehen. So dass wir nachher eine Liste von den Datensätzen, die hier ausgegeben werden, haben. Jetzt möchten wir aber, dass die Maria noch ein Alter zu ihrem Namen in den Datensatz dazu bekommt. Und dafür können wir ein Dokument updaten. Wir klicken hier auf Update First Document by Name with an Age und die Maria ist 24, das geben wir hier ein. Und wir sehen schon, das wird dann hier ergänzt. Und dafür haben wir dann die, wie Sie sehen schon, hier gibt es zwei Funktionen. Den Unterschied erkläre ich Ihnen gleich. Da haben wir die Update One Funktion. Und mit dieser Funktion wird der erste Datensatz, zu dem wir dann was finden, abgedatet. Hier haben wir wieder ein JSON, was uns beschreibt, wonach wir eigentlich suchen. Also wir suchen hier auch wieder nach dem Namen und dem Namen aus dem Feld. Dann setzen wir, also hier haben wir ein Set. Dann setzen wir das Alter und geben dann hier auch den Feldwert an. Jetzt möchten wir aber gleich mehrere Datensätze updaten, nämlich unsere Pauls. Die sind beide erst 19 und wir haben dann hier Update All Documents by Name with an Age. Und da kommt dann jetzt gleich unsere Update Many Funktion zum Tragen. Wir klicken nämlich jetzt hier drauf. Ah, wir müssen erstmal den Paul ändern. Und dann werden hier unsere beiden Pauls upgedatet. Das schauen wir uns auch mal an. Da haben wir nämlich hier die Update Many Funktion. Und Sie sehen, das ist keine Schleife, die wir irgendwie hier machen, sondern wir haben eine Funktion, Update Many, mit der wir dann alle Datensätze, die hier zu einer Suche passen, mit einem alter Update. Dann haben wir eben schon gesehen, wir haben immer mal wieder hier dieses Show All stehen. Damit zeigen wir einfach alle Datensätze an. Das können wir uns auch einmal angucken. Das ist einfach eine Suche, dann über ein leeres JSON. Also wenn Sie alle Datensätze haben möchten, geben Sie ein leeres JSON an. Dann werden alle gefunden. Wir können auch Dokumente nicht nur updaten, sondern wir können sie auch ersetzen. Ah, dann fügen wir jetzt nochmal einen neuen Namen ein, nämlich die Lisa. Und die wollen wir auch direkt ersetzen mit Replace Documents, mit New Documents. Wir sehen schon, die Lisa wird jetzt ersetzt. Nicht mal mit einem Menschen, sondern mit einem anderen Dokument, was eine ganz andere Struktur hat. Es beschreibt nämlich nicht mal mehr einen Menschen, sondern es beschreibt hier Kleidung, die eine Artikelnummer hat, ob sie gerade auf Lager ist und wie alt diese Kleidung ist. Das Besondere daran ist, wir haben keine relationelle Datenbank. Wir sind also nicht an die Tabellengrenzen gebunden. Und dann ist auch sowas möglich, dass wir in einer Collection neben Kundeneinträgen einfach auch Einträge liegen haben können, die dann zum Beispiel Ware im Lager betreffen. Und dann sind auch solche Abfragen möglich, dass wir nämlich gucken können, was hat alles ein Alter, das unter 20 liegt. Und klicken wir mal drauf, dann sehen wir hier unsere beiden Pauls, die 19 sind, werden angezeigt. Und hier unser vielleicht Teppich aus dem Lager, der schon da drei Jahre liegt, der wird auch angezeigt. Da gibt es Anwendungen, da ist das sehr praktisch. Und ich zeige Ihnen einmal gerade die Suche über das Alter. Denn die funktioniert ein bisschen anders. Also die Suche ist ein bisschen anders aufgebaut. Schauen wir mal hier rein. Da haben wir auch wieder die MongoDB Find-Funktion. Unser Suchs-JSON sieht aber anders aus. Wir geben hier auch den Schlüssel Alter an. Und jetzt haben wir hier aber noch einen Operator, nämlich LT, also Left Than, kleiner als, und geben hier also kleiner als 20 an. Es könnte aber auch GT sein, also Greater Than, also größer 20. Dann würden alle gesucht, die ein Alter über 20 haben. Da können Sie dann auf der MongoDB Webseite schauen. Da gibt es dann einige von diesen Operatoren. So, wir können jetzt hier aber, fügen wir mal ein paar Lisas hinzu, wir können hier aber jetzt nicht nur Daten hinzufügen, sondern wir können sie auch löschen. Und dann holen wir uns doch mal generell das erste Dokument aus der Collection. Und da schmeißen wir unsere Maria raus, weil die unser erstes hinzugefügtes Dokument war. Da haben wir dann mehrere Lisas. Wir können jetzt Delete Documents bis Given Name angeben und dann werden hier alle Dokumente gelöscht, die den Namen Lisa haben. Klicken wir drauf und wir sehen, die Lisa ist auch schon wieder weg. Das schauen wir uns jetzt auch mal an. Da haben wir einmal die Delete One Funktion, der übergeben wir hier ein leeres JSON, also dass wirklich das erste Dokument aus der Collection gelöscht wird. Dann haben wir hier Delete With Name. Das ist das, was wir eben gerade gesehen haben mit der Lisa. Da haben wir nämlich die Funktion Delete Many und wir geben auch wieder im Such-JSON den Namen an, der im Feld steht. Dann haben wir noch ein Delete All. Sie können sich bestimmt schon vorstellen, das ist eine Delete Many Funktion, der dann ein leeres JSON übergeben wird. Zu guter Letzt möchte ich Ihnen jetzt noch zeigen, dass Sie auch Datenbank-Commands geben können, zum Beispiel ein Ping mit dem Wert 1 übergeben wir hier und dann bekommen wir ein OK 1.0 zurück. Also unser Ping war erfolgreich. So, jetzt wünsche ich Ihnen natürlich ganz viel Spaß mit MongoDB. Probieren Sie es einfach aus, schauen Sie sich das Beispiel in Ruhe an und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. 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 Danke fürs Zusehen.